Ich bin extrem verwirrt Oder was heißt verwirrt? Ich find's einfach grad krass was hier abgeht Oh oh Warum muss ich jetzt doch noch gegen Corona kämpfen? Ich dachte hier würden wir mich durchlassen Okay, wir haben ein Blink In der Welt ist eine innozene Folle, die eine, die schmerzendet ihr euren Vertrauen ist. Wo ist sie? Ich werde sie schmerzen, die unabhängige Gefahr von deinen Vertrauen. Was? Also der Direct meint, dass der Mental of Responsibility gehört zu den Forerunnern Dann meint ein anderer er gehört zu den Menschen und jetzt gehört er gehört zu K.I.s oder was? Aber warum habe ich Cortana verraten? Ich habe alles versucht, was man so weiter tun kann Um sie irgendwie zu retten und dafür zu sorgen, dass sie nicht drauf geht So, okay Oh shit So, okay Wie heißt das Turret eigentlich? Splinter Turret Ist das alles mysteriös und krass Also ich finde die Story ist sehr cool Okay Und die Musik wieder Ja Gehen wir lieber hier erstmal ruhig hoch Deine Zeit hat geklappt, die Warrior-Servant Deine Waffel-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer Achso, nein Oh, der Warden Ähm Was war das jetzt? Ich glaube das da oben ist eine Position für mich Gefällt mir hier Gefällt mir hier So, du bist ganz still Oh Gott, überall geht alles hoch Und es ist... Da hinten steht der Warden Aber ich muss erstmal den ganzen kleinen Kram Oh Gott Oh Gott Oh, hier geht so viel Was sind... Was sind immer diese... Immer diese komischen Dings Diese Löcher oder was, was sie da erzeugt I don't understand this shit Was ist drama? Oh Gott Was ist drama eine Musik, Sie werden nichts zu lassen doch kann ich und ich werde Cortana holen ich werde herausfinden was das alles bedeutet Alter der ist so riesig der Warmovitana diesmal nicht der komischen Bruder knapp 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 aber ich dachte ich wäre gecallt worden Alter wie erzeugt er das das ist ja krass so Munition so Munition so 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 Yeah I know Oh, that's pretty cool Okay Okay, I have to go out here Okay, nice, nice Cortana I'm coming Oh, I'm pretty close with a waterfall right? Kelly, no! Why do you always happen? So Kelly Fuck Hey Leute, was machen wir jetzt? We have a Kelly folder, shit Let's go Let's go Huh? Die kommt schon wieder, die muss ja in der Uhr klettern Wow The gateway to the Forerunner Domation You'll be the first Organics to enter since the fall of the Forerunners I heard After the crash here I... I didn't think I'd see you again I'm here now Yeah, of jeden Fall For good luck We are always there Let's go to the flank here I already see that there is a big battle Before we can enter the Domain Before we can enter the Domain The Warden will definitely be able to hit the ass Oh, that's cool The first hole we found Nice Gravedigger Gravedigger Mhm Na gut, dann haben wir einen Shell Und gehen doch den Hauptweg entlang Okay, hier kann man anscheinend noch relativ viel rumklicken oder was Wenn man das möchte Mhm Okay Ja gut, aber wir gehen jetzt mal zu Domain Ich will wissen was da abgeht Machen wir mal kurz mal Aufnahmecheck vorher It's going to be an FDA And there's... We can put that out We can certainly leave it Let's go to the FDA And we can see